es ist nun an der zeit ja ich dachte mit ein bisschen zwergischen gesang stimme ich das ende ein das ende von unserem ersten meinem ersten großen projekt also für die dies nicht mitgekriegt haben sagen am fluss der zeit war das erste projekt was ich begonnen habe vor fast drei jahren also man merkt schon wie lange sich das gezogen hat das projekt und ich dachte mir für das fazit tue ich einfach mal nebenbei einen gang durch nadoret machen also ich werde mich nicht mehr viel zum spiel unterhalten sondern auf das fazit eingehen also erst mal das fazit zum spiel natürlich das ist ja während den credits form der hauptstory vom hauptspiel etwas kurz gekommen ich mag das spiel einfach ich muss ehrlich sagen ich mag das spiel sogar mehr als ich dragon age mag natürlich es kommt nicht bei das geht ran abgesehen mal von der grafik also ich muss ehrlich sagen die grafik von dracken sang die beeindruckt mich jedes mal wenn ich es sehe gerade auch wieder was wir hier sehen ich finde die szenerie richtig schön umgesetzt die die orte der ort ist richtig gewählt nebenbei ort das habe ich ganz vergessen am schluss von der letzten folge jetzt zu sagen als das auto von filia sonst geheimnis gekommen ist hat filia sonja erwähnt dass sich die orks im norden rühren das ist eine anspielung auf die nordland trilogie und zwar auf das schwarze auge schicksals klinge das allererste schwarze auge spiel was auf den markt gekommen ist mehr will ich dazu nicht verraten weil vielleicht gibt es irgendwann ein let's play davon da würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr euch wenn ihr euch dazu äußert jedenfalls die die mein dracken sang let's play noch verfolgt haben ob ihr auch die nordland trilogie mal sehen möchtet wenn nicht spielt sie selber oder kommt sich andere let's place an nein ich mache keine werbung für andere let's player aber ich finde die der drei trilogie ist auch ein klasse spiel eine klasse trilogie gewesen auch wenn der erste teil noch ein bisschen halblebig mehr experimentell gegenüber gekommen ist aber es hat sich immer mehr gemacht in der zeit gut genug von der notland trilogie wie gesagt filia sonn hat eine anspielung darauf gemacht auf den ersten teil auf das allererste das schwarze auge spiel und ja zurück zu dracken sang 2 also wie gesagt die grafik das ambiente die umgebungen das hat mir alles sehr gut gefallen vor allem der hamburg die schneelandschaft war sehr schön und auch vom gameplay her muss ich sagen hat es mir echt gefallen auch wenn ich gerne mehr gruppenmitglieder in der gruppe hätte haben können da wäre ich halt mit der gesamten truppe herumgerannt werden ja nur vier charaktere zur auswahl also vorgrim der immer mit dabei sein musste ohne vorgrim geht nichts quadro ardo und feires leider haben wir ja ja kann nicht so lange der gruppe gehabt aber das war ja story technisch bedingt auch das kampfsystem auch wenn es ein bisschen träge wirkt im gegensatz zu dracken sang zum beispiel da ist es ja wirklich drauf rennen und los die gegensatz zu drängen entschuldigung ist es ja da ist es ja ziemlich viel rum gemetzelt blut und so weiter hier ist das ja noch richtig runden was sie pseudorunden basiert wie bei baldos geht also hat bei oben immer schön den timer gesehen wie lange es zurück tickert bis ich mal mit der brust schieße oder der zauber gewirkt ist ich muss auch sagen der geode zu regionen zu spielen hat mir ziemlich viel spaß gemacht auch wenn ich jetzt nicht wirklich wie ein geode aussehe also wenn du ja nicht wie ein geode aussieht er sieht er fast schon wieder so aus wie damals bevor er geode geworden ist als er noch hauptmann der in den armbrust schützen truppen der hammer berge waren was anderes die damenbos berge waren es glaube ich man ich habe mich so lange nicht mehr mit der story beschäftigt jedenfalls wenn er kommt aus einer zwergensippe die wir auch im ersten teil noch kennen lernen werden wenn es den mal zum ersten teil kommt wobei ich den ersten teil nicht so schön fand wie jetzt den zweiten teil muss ich ehrlich zugeben aber er war auch gut der erste teil aber das werden wir dann sehen wenn es soweit ist zurück zum zweiten teil also wie gesagt das kampfsystem fand ich sehr gelungen auch wenn es jetzt nicht so actionreich ist wie das von von dragon age es ist mehr so im stil von baldos geht hier ist das lager der torwaller wir haben ja alles schön abgeräumt ja sehr viel mehr kann ich zu dem spiel ja auch nicht sagen die story war eigentlich sehr gut auch wenn ich ehrlich sagen muss ein bisschen schwierig zu rollen spielen teilweise deswegen habe ich auch es auch irgendwann dann gelassen aufgegeben obwohl ich mich größtenteils versucht habe dran zu halten also auch was er so als geode denkt und so auch wenn wir zum beispiel art und rados heilung vielleicht etwas hätten aufschieben sollen dann wäre vielleicht die bestie die den schatz bewacht hätte einfacher gewesen so mussten wir ja alle siegelsteine einsetzen um die bestie zu besiegen ja aber so gesehen sehr viele nebenquests wenn ich mal kurz das questbuch zeige was wir da schon an quests gemacht haben muss ich ehrlich sagen also story technisch war es sehr schön und top auch wenn man über viele sachen erst nur zufällig stolpert teilweise ja was ich negativ sagen muss wobei das spiel das hauptspiel selber nichts dafür kann und was ja auch der einer der hauptgründe war warum sie das projekt so lang gezogen hat war die etwas lieblose integration des addons das addon hatte es nämlich schon schwierig grad schon in sich ihr müsst überlegen wir haben das addon jetzt ganz zum schluss abgeschlossen erst nach der hauptqueste vom hauptspiel deswegen ja es war teilweise schon recht schwierig vor allem weil wir ziemlich früh teilweise die addon gebiete gegangen sind ich beide ich habe zweimal wegen den addon gebieten ja pausiert aber dann auch wieder angefangen weiterzumachen und dann hat es dann doch irgendwann geklappt naja aber alles in allem hat das spiel sehr viel spaß gemacht also ich denke hätte ich nur das hauptspiel gespielt wäre ich viel schneller durch gewesen aber so hatte es doch dann doch was positives soviel zum fazit was meine was das spiel angeht ich gehe jetzt mal wieder auf reispiele software ewig durch die natur jetzt zum fazit für mich selber meine eigen kritik wie gesagt das spiel hat sich ja drei jahre lang gezogen und war das erste spiel was ich gespielt habe als projekt meine ich und man hat gemerkt das hat sich in da ich habe mich in laufe der zeit immer mehr verändert was die sachen anging zuerst habe ich ja die ersten aufnahmen mit webs gemacht und dann auch noch während ich erkältet war was nicht so toll war deswegen habe ich viel tonspur rausschneiden müssen und dabei auch die den games sound live webs ja die sprachspur und die audiospur vom spiel in ein und dieselbe audiodatei audiospur legt deswegen bin ich dann auf die historie umgestiegen und da wurde es dann etwas besser und dann wurde es dann noch besser als ich mir mal ein besseres headset besorgt habe weil man hat er gemerkt am anfang war ich ziemlich leise was meine stimme anging und musste immer mehr nachjustieren nach nach verstärken die lautstärke und dann war es immer noch nicht richtig gut jetzt habe ich ja besseres headset habe auch ein bisschen mehr erfahrung im rendern und so weiter mit videos schneiden die nieder und husten und naseputzen rauszuschneiden das hat man ja glaube ich auch in einigen folgen gemerkt wo ich mal eine weile still da gestanden bin weil ich mir die nase putzen musste aber ja das kann passieren ich habe wenigstens euch das die geräusche dazu ersparen können ja ich muss ehrlich sagen am anfang war ich wirklich nicht ganz so gut ich bin auch jetzt noch nicht so der perfekte redner muss ich zugeben aber ich denke und hoffe mal dass ich mich ein bisschen gebessert habe in der zeit wenn ich könnte mir das ruhig hier unter die kommentare schreiben von der kritik ja ansonsten hat sich ja in der zeit seitdem das spiel gestartet hat viel auf meinem kanal getan es gab einige projekte und es wird weitere projekte geben ich meine zur zeit habe ich ja schon wieder das nächste große projekt angefangen nämlich baldus geht 1 das läuft ja jetzt auch schon eine weile sind wir glaube ich schon bei 50 folgen oder über 50 folgen ich weiß noch nicht genau wann das fazit rauskommt das wird aber auf jeden fall zeitgenau am selben tag rauskommen wie die letzte normale folge ja es hat sich ja auch einiges getan was die anstrengung in meinem kanal angeht also ich habe angefangen für solche spiele wie jetzt legend of dublin walk 2 und auch baldus geht solche tabs an thumbnails anzulegen also solche vorschaubildchen damit das nicht immer von youtube aus gewählt wird irgendeine filmszene habe ich selber angefangen bildchen zu machen und auch mir ein bisschen mehr mühe gegeben beim rendern von den greenwalk folgen zum beispiel die helligkeit und so weiter richtig eingestellt weil youtube macht ja alles viel dunkler also ich denke mal an meinem drackensang let's play sieht man wirklich bei der entwicklung als let's player sehr gut vom blutigen anfänger zum etwas fortgeschrittener spieler jetzt player ich hoffe mal dass ihr ein bisschen zufrieden seid mit meinen let's plays und mit mir selber weil natürlich ich selber als künstler in anführungszeichen als youtuber ist man ja irgendwie eine art künstler mittlerweile auch wenn das hier ja eher ein hobby ist ich arbeite ja eigentlich nebenher deswegen gibt es ja kann ich nur noch am wochenende meine folgen aufnehmen unter der woche ist es dann schlecht weil ich dann nicht so motiviert bin dazu gebe ich ehrlich zu aber ja trotzdem hoffe ich mal dass ihr auch an meinem hobby let's plays spaß habt und dass ihr euch gefallen ich merke ja ich habe ziemlich viele leute die gerne durch fortress gucken was vielleicht auch daran liegt dass es nicht so viele tor fortes let's plays gibt aber ich rede jetzt schon wieder zu viel ich denke mal auch wenn ich mich selber immer noch kritisiere also als künstler ich habe mir schon wieder die worte aus dem mund ich habe mir die worte wieder weggestohlen das passiert mir auch immer noch öfter mal als künstler ist man ja immer selbst ziemlich eigenkritisch was seine werke angeht also die werten sind für einen selber nie perfekt und so ist es auch für mich deswegen hoffe ich dass ihr sie wenigstens einigermaßen angenehm findet so jetzt aber genug zum fazit bevor ich euch hier die ohren voll süße ich hoffe noch mal also ich danke noch mal herzlich fürs zusehen von meinem packen sagen abfluss der zeit netzplay ich hoffe ihr hattet viel spaß dabei und ich hoffe ihr bleibt mir weiterhin treu schreibt mir kommentare kritik trolle werden nach wie vor ignoriert das möchte ich auch dazu sagen und ich hoffe wir sehen uns bei meinen anderen projekten also ein kräftiges hi ho von wenn du hier dem zwerg bis bald